3D-Drucker können spezielle Einzelteile oder besonders filigrane Bauteile deutlich effizienter herstellen als ein konventioneller Fertigungsbetrieb. Das gilt auch für die Metallverarbeitung. Doch oft fehlt es gerade für den metallischen 3D-Druck an passendem Material. Grund genug für Roswag, traditionell ein Metallverarbeiter, Selbststoffe für sich und seine Kunden zu entwickeln. Aus nur 30 Kilo Material wird innerhalb von vier Wochen ein qualifiziertes Pulver für den 3D-Druck. Ein Bruchteil der bisherigen Entwicklungszeit mit deutlich weniger Materialeinsatz. Möglich macht dies eine hocheffiziente Prozesskette. Mit der Qualifikation der Werkstoffe positioniert sich Roswag erstmals am Beginn der Wertschöpfungskette und bietet seinen Kunden, wenn gewünscht, eine Komplettdienstleistung.